Bist du ein Zauberer? Ich dich auch. Ne, du bist ein Zombie. Halb links. Hart, 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 hart. Vollgas! 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 Wow. Ich kann nicht so praktisch mit dem Strom, was der Kabel dran ist. Oh mein Gott, ein Bandit. Oh, hast du einen geilen Skin. Ich liebe diesen Skin. Der Held, da wo ich aussteigen muss, ist um 7.20 Uhr. Und da habe ich genau noch 0 Minuten, um da hinzukommen zum Schwimmbad. Und das Schwimmbad ist dann locker noch 20 Minuten entfernt. Das heißt, ich nehme mir die erste Lektion. Und da ist ein Heli-Crash. Hast du hier Zombies gesehen als Davi? Ja. Da hinten ist die nächste. Wenn da nicht. Ne. Da sind drei sogar. Und da fliegt ein Heli. Ja, das sind die da vorne vor uns. Das ist krass. Oder sind die auch nicht? Ja. Ne, die sind ganz korrekt. Da liegt für mich nichts Interessantes. Fliegen wir mal hin. Zum nächsten. Und dann beim dritten ballern wir immer bisschen die Zombies bei denen ab. Und sie so ein bisschen erschrecken. Keine Ahnung. Da unter uns fährt ein Auto. Ach, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Nein, das ist einer von denen. Die sind ja getrennt. Ich aber nicht. Da liegt ein Leiche. Jetzt auf jeden Fall einer verreckt. Ich flieg mal die andere Seite an. Ich verballer nicht meine ganze Munition ey. Ach, egal. Irgendwann zum nächsten. Alter, landet der weit entfernt vom Heli Crash. die Polizei. Die Polizei ist noch nie und die Fahrrad. Ich schieße ihn bei den Zombies ab. Ich glaube, das scharzt nicht allein. Die täglich verbreiten die Polizei ist nicht allein. Danke, dass du meine Munition so schnell verballert hast. Oh, ich glaube, das ist ungebrochen. Was sagt denn die Anzeige? Ich glaube, das ist die Fallkrieg mir einen kleinen Überblick. Ja, gönn dir. Nein. Vielleicht finden wir doch mal was Interessantes. Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Hä? Was meint er mit, wollte auch ein Heli nicht kaputt machen? Ich habe es gerade nicht ganz, hat er nichts kaputt gemacht. Target that unknown at 1, 2. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, als ich ja zweifre. ja ich lande hier ich weiß wo es noch ausschleert ach so da hab ich nicht drauf geachtet ja so kann man das auch markieren die landezone keine ahnung ja ja war das Granat das im Heli ist das Granat zum Heli weil man kann ja fliegen und wer fliegt dann? fliegt dann euren Heli aber fliegt dann euren Heli er kann nicht fliegen aber fliegt dann euren Heli wer hat geschossen wer hat geschossen irgendwer hat geschossen ja ich höre Schüsse wir haben geschossen wir haben geschossen mainrotors getroffen ich wette jetzt hast du wieder oh shit unser mainrotor dann ich muss gleich machen fuck ich gebe Vollgas ja ich will aber nicht dass der in uns rein rannt das ist der schwarze also der ist ein bisschen schneller landen also und gleich wo ist er denn genau richtung richtung bitte weiter links in dem nach links hinten links ich halte mal Abstand warte ich halte mal bisschen Abstand und gehe da mal also ich sammle jetzt Speed auf und ziehe da hoch in den Himmel hinten rechts hinten rechts also ich kann mal hier gerade irgendwie nicht drehen so ist er noch weiter über uns wie hoch ist denn der bitte ich höre ihn und das heißt die Regierung hat sich ich drehe ab nicht dass er in uns rein crasht ja ich kenne also Leute die machen das wie viel Schuss hast du denn so um das kannst du beschreiben auf wie viel Metern der ungefähr ist so was du schätzt wir sind jetzt auf 400 da ich sehe ja ne ne ich flieg mal nahe dran stört stört der ab und dann macht der sinkflug hat er mich schlafen dann trefft dieser acht Schuss dann dann trefft dieser acht Schuss dann uuuuh und grad zum nachher haben wir auch nichts ist er hinter uns ja ohne Munition können wir auch schlecht was anrichten 1265 die kleine lichtung bist du wahnsinnig mit der mi was waren die koordinaten 12 oh ja also ich hab gehört brauchst ein taxi sofort ja und dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal die neue engine einbauen na wohl warte noch oder wenn es ganz schnell gehen muss ähm dahinten ist ein Benzinfoss knallt es einfach ab dann wird ja schon dran genug weißt du ob ich jetzt bock hab mit meinem Kranat ja das sowieso ne mit dem Granatwerfer meine weiße Rauchgranate zu schießen was was aha ich schieße einfach direkt überall in die Luft oh ne das war ne Flare hoppala oh ne das war ne Flare hoppala oh ihr habt ich zufällig Munition also kann Artwerfen Munition oder so ne ne noch nicht ah schade so wir sind alle an bord wo darfst du hin gehen wo darfst du hin gehen mit der Mi wo darfst du hin gehen mit der Mi wo darfst du hin gehen mit der Mi ja ich hab ihm jetzt gesagt dass er da längst von uns allein raus kommen und fahren soll das ist ein stück weit hier ok ja warum mach ich Autoflug gar nicht wie juckt ist das ein schönes Gefühl wenn du weißt dass du hinten zwei Ganner hast auch wenn einer davon dein Magazin innerhalb von zwei Minuten leer kriegt auch nicht mal zwei Minuten dann wird zum dann wird zum Little Bird wo würdest du jetzt am besten landen also dein Lager aufschlagen oder so mit dem Little Bird ja ich bin ja auch wieder das ist ja klein und ich meine sich das ist eine frische ja diese zombies schon überall gespawnt was wo zerballern ich wende mal was du schießen kannst er zerballern, der hat's verdient target that unknown at 05 da liegt auf jeden fall ein hemmendes auto ja da liegt einer tot neben dem auto gibt noch mal ein paar coolen drauf vielleicht ist er bewusstlos wer mag nachschauen und dann geh du nachschauen ja dann warten ob er wieder da ist man hat zwei weißt du in welche richtung ähm ähm belötchen, granat javich, finn und morski sind in lobby target that unknown at 07 ja hab ich vor angleid ja und einen toten player den wir gerade erleben ähm und wieder weg jawoll also wir haben eure karre wieder so schauen wir mal das ist natürlich kein attack ich schau mir direkt die leichen an alter wo liegt dieser spasti vielleicht nicht gelootet da liegt er so wer ist das index das ist index hat ein m4a1 und gebratenes rindersteck ja wir schauen mal was er am rucksack hat erstmal vielleicht sein essen und der andere hab ich den hat noch nicht gesehen ui der hat ja ordentlich eh er ist in den rucksack nach hier oben ok das ist ja nicht schlecht da kann ich zumindest meine leiche dann wieder holen nice hast du grad platz zum mitnehmen scheiße ja das ist auch das ist auch unsere karre 5 benzin kanister und 2 zelte das ist unsere karre 2 zelte? magst du mir ein zelt abdrücken? ja nimm's dir raus jo danke dir normales und nimm dir was du brauchst ein was zelt? ein igloo zelt ja dann nehm ich lieber das normale äh das ist irgendwie wieviel florts hat denn das? dann nehm ich das igloo ja dann nimm dir ruhig das ihr habt's euch verdient würde ich mal sagen wo ist denn das igloo zelt? ich find's grad nett da da hm bei uns lag sonst noch irgendwas spannendes an waffen oder so bei der crash start ähm naja die haben halt auf typen mit dem heli geschossen und wenig schaden gemacht wir haben den tot verdient also ich hätt gelacht wenn einer davon jetzt kenny heißen würde weil warum schießen die mit einer scheiße du hast kenny getötet warum schießen die mit einer m4 auf nen knee? naja die haben sehr getroffen street ne? na gut die haben sehr getroffen street ne? was ist denn da hinten für ne box am ähm am crash site was denn da für ne box da ist mir schon klar dass er essen drin ist aber ich bin grad voll sehe ich so wenn wir jetzt den heli noch wenn wir jetzt noch den heli finden würden dann wäre es richtig nice ja ja also so schnell findet man deinen wagen wieder hm naja vor allem nicht auf ner grünen fläche ich sag mal granals bescheid dass ihr eure karen wieder habt ja so gefilmt nicht